Hallo Freunde, ich grüße euch. Heute wieder ein Beispiel aus der Endspielpraxis. Eine Partie, die ich in meinen Simultanen Partien gespielt habe. Und ja, ihr habt es am Thumbnail gesehen. Ich habe insgesamt nur eine Ungenauigkeit gemacht, das ist mir ja noch nie passiert. Ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte. Aber diese Endspielstellung hier war schon wieder hochinteressant und die möchte ich euch nicht vorenthalten. Und von daher würde ich sagen, legen wir uns los. Aber wie sind wir dahin gekommen? Nun, wir fangen vorne an. Ich hatte die weißen Steine und Strohgolf war mein Gegner. Und ja, ich glaube die Öffnungsphase und die Mittelspielphase, die können wir relativ schnell spielen. Denn das Hauptaugenmerk soll auch hier wieder auf dem Endspiel liegen. Und ich habe hier dieses Doppel-Fianchetto gespielt. Eine sehr interessante und giftige Variante. Damit ich den Läufer G7 so ein bisschen neutralisieren kann. Aber wir haben sehr, sehr lange grundlegende normale Züge gemacht. Ja, so dass das echt nicht viel los war. Hier habe ich E5 verhindert. Und ja, hier gibt es im Grunde jetzt, Schwarz hat D5 gespielt, was ein normaler und guter Zug ist. Denn er muss hier sogar aufpassen, ein giftiger Aufbau oder ein gefährlicher, für Schwarz gefährlicher Aufbau wäre es, wenn Schwarz versucht, mit aller Gewalt selber E7, E5 durchzudrücken. Das könnte dann zum Beispiel so aussehen. Und nach dem manchen Tauschen entsteht hier ein Loch auf D6. Da kommt die Dame rein von mir. Und dann tausche ich die Damen. Und dann habe ich sehr aktive Springer. Der Bauer E5 ist schwach. Und dann hat weiß ein gewisses Druckspiel. Das ist eine der Hauptideen von diesem Doppel-Fianchetto. Da habe ich, glaube ich, auch schon mal zum Video dazu gemacht. Könnt ihr sicherlich auf meinem Kanal finden. Es kam aber D5. Völlig in Ordnung. Und ja, jetzt geht es halt darum, ich versuche E4 durchzudrücken. Und Schwarz vielleicht mal E5. Aber ich bin eher dran. Kommt eher zu. Aber wir können hier viel tauschen. Ihr seht, es ist nicht wirklich viel los. Und jetzt kriegt Schwarz auch seinen Läufer raus. Von daher, die Öffnungsphase sicherlich kein allzu großer Vorteil für weiß. Im Gegenteil, ja, Schwarz hat keine Probleme. Ich versuche hier noch ein bisschen das Feld D5 unter Kontrolle zu nehmen. Damit die schwarzen Figuren so ein bisschen eingeengt sind. Ich habe aber natürlich so ein bisschen den Nachteil, ja, ich versuche hier erstmal den Springer zu aktivieren. Aber der wird direkt getauscht. Und ja, mein Nachteil ist natürlich, dass die Schwäche auf D4 hier eine potenzielle Schwäche ist. Er kann auf der D-Linie verdoppeln. Er kann den mit seinem Läufer angreifen. Deswegen musste ich mir irgendwie was einfallen lassen. Und ihr seht schon, schon kommt die Verdoppelung. Ich versuche auch diese Doppeldeckung. Und jetzt sehen wir, Turm FD8 war vielleicht... Ja... Wenn Schwarz hier erst den Springer irgendwie wegzieht, dann wäre dieser Läufer hier direkt frei geworden. Und ich hätte meinen nächsten Zug nicht machen können. Allerdings wäre dann der Turm auf F8 auch ausgesperrt gewesen und hätte auch nicht am Spiel teilgenommen. Ja, hat alles seine Vor- und Nachteile. Schwarz entschloss sich zu Turm D8. Und jetzt sehen wir einfach, der D4-Bauer ist natürlich schwach. Aber diese Batterie auf dieser langen Diagonalen hat vielleicht auch Potenzial. Denn der Springer F6 ist nur einmal gedeckt und zweimal angegriffen. Deswegen konnte ich hier den Zug D4-D5 spielen. Der Springer muss weg. Ich konnte den Läufer tauschen. Und dann konnte ich auf C6 nehmen und dem Schwarzen eine kleine Schwäche verpassen. Jetzt habe ich aus meiner Schwäche D4 oder aus der potenziellen Schwäche D4 dem Gegner eine Schwäche verpasst. Damit war ich sehr zufrieden. Aber immerhin, Schwarz hat hier immer noch komplett die D-Linie. Droht hier mal reinzukommen in allen Formen und Farben. Sodass wir hier immer noch völlig im Ausgleichsbereich sind. Denn durch die Aktivität bekommt Schwarz mehr als genug Kompensation erstmal für diesen Bauern. Für diese Schwäche. Mein Heil lag hier im Endspiel. Das habe ich versucht anzustreben. Und ja, Schwarz versucht seinen Springer wieder zu aktivieren. Ich tausche. Und jetzt sehen wir, wohin der Springer will. Der möchte nämlich nach D4. Respektive Schwarz möchte auch C5 spielen. Um den Springer D4 dann dort zu verfestigen. Und dann weiß ich gar nicht so genau, was ich mit meinem Läufer F3 so richtig viel machen würde. Und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, hier den Zug C4-C5 zu spielen. Um den C6 eben festzunageln. Und ja, der Springer ging zurück nach E7. Das hätte man sicherlich auch über D4 aktiver spielen können. Aber Schwarz wollte halt die D-Linie nicht versperren für seine Türme. Deswegen wurde der Bauer gedeckt. Ich decke meinen Bauern und Schwarz wird hier verdoppeln. Jetzt versuche ich mich gegen das Eindringen auf der zweiten Reihe zu verteidigen. Und das ist nicht ganz möglich, unmöglich. Also ist nicht möglich, das zu verteidigen, genau. Aber eben jetzt habe ich einen Turm auf der zweiten Reihe. Und habe jetzt die Möglichkeit, mit dem König ranzukommen. Und den Turm dann wieder zu vertreiben, respektive tauschen und mich zu entlasten. Und nach dem Tausch, jetzt seht ihr es, jetzt kommen wir der Grundstellung von uns immer näher. Nach Turm D4 haben wir die Problematik, dass Schwarz diesen aktiven Turm hat, auf der eins ist auf der Linie. Dafür den etwas schwachen Bauern auf C6. Aber der Springer könnte nach D5 diese Diagonale schließen. Per se sagt man, wahrscheinlich ist der Läufer etwas besser, wenn an zwei Flügeln Bauern sind. Hier hat Schwarz jetzt auch im gegnerischen Lager, also von der ersten bis zur vierten Reihe von mir, jetzt noch keinen richtigen Stützpunkt für den Springer. Sodass der immer wieder vertrieben werden könnte, wenn er da auftaucht. Und ja, jetzt schauen wir mal, was könnte hier überhaupt ein grundlegender Plan sein, um vorwärts zu kommen. Und klar, ich muss natürlich zur Ex einmal den König annähern, das geht gar nicht anders. Und Schwarz bringt den Springer ran. Und ja, ich dachte mir, die einzige Chance, um eventuell auf Gewinn zu spielen, liegt darin, die aktivste schwarze Figur zu tauschen. Das wäre der Turm. Und wenn der Turm gegen meinen Turm vom Brett ist, dann habe ich immerhin die Chance, meine drei Bauern am Damenflügel gegen seine zwei vielleicht mal in Wallung zu bringen und mir einen Freibauern zu bilden. Das war der große Plan von mir. Mal schauen. Deswegen habe ich Turm D2 gespielt, um den Turm zu tauschen. Er wurde auch getauscht. Ja, und jetzt nähern wir uns natürlich erst mal mit den Königen an. Das macht Sinn. Und ich ging nach C4. Genau, aber wir müssen hier schon wieder eine kleine Feinheit. Könnte Schwarz hier auf B4 ein Schach geben und den A2 gewinnen. Das ist schon wieder eine Feinheit, die man zumindest beachtet haben sollte. Also da gibt es natürlich diese Springer, das wissen wir, die können hin und her springen und hoppeln. Aber wenn er den A2 gewinnt, dann ist eben dieser C6 hier auch noch ungedeckt. Und dann hätte ich hier eben einen gedeckten Freibauern schon. Und deswegen hat er es eben nicht gemacht. Lieber den König ranbringen. Das gibt mir Zeit, das Feld B4 zu kontrollieren. Und so, jetzt möchte ich mit meinen Bauern natürlich hier vorstoßen und mir möglichst einen Freibauern bilden. Schwarz versucht das zu verhindern, was grundsätzlich auch gut ist. Und auch der A5 könnte ja auch potenziell eine Schwäche sein. Er ist ein Einzelbauer da oben am Damenflügel. Und wenn ich versuche mit A3, B4 den loszutauschen und meinen Plan durchzudrücken, löse ich seine Schwäche ja auch auf. Aber ich habe ja nicht viel Auswahl hier. Und versuche meinen Plan in die Tat umzusetzen. Schwarz spielt den König noch an. Ich setze meinen Bauern in Wallung. So, und jetzt möchte ich vielleicht mal wirklich B4, B5 spielen. Und nach diesem Tausch würde der König noch ein Feld weiter aktiv werden. Könnte dann gegebenenfalls hier auch auf D5 mal zu tauschen drohen. Dass da ein D5, ein schwacher Bauer entstehen könnte. Alles nicht so klar. Und Schwarz spielt Springer C7. So, damit ist dieses Feld kontrolliert. Und ich kriege diesen Vorstoß, B4, B5, erstmal nicht ohne weiteres durch. Aber wenn ich diesen Vorstoß nicht durchkriege, was habe ich dann noch? Zumal ich, wenn ich jetzt hier beschäftigt bin am Damenflügel, der schwarze Plan sollte natürlich auch entsprechend sein. Er hat ja hier die 4 gegen 3 Mehrheit am Königsflügel. Dass diese Bauern mal hier irgendwie in Wallung geraten. Vielleicht mal mit E4 Mainläufer abschneiden, ja und so weiter. Und auch Raumvorteil und potenzielle Freibauern bilden und so weiter. Also hier, ja. Aber wenn ich nicht weiterkomme mit meinem Plan, sein Aufhalten ist ja auf lange Frist dann mehr oder weniger sinnlos. Weil mein König irgendwann zum Königsflügel müsste. Und dann der B4 zum Beispiel schwach werden würde. Dass er mit dem Springer diesen Bauern angreifen kann. Ich habe also im Grunde nur die Chance, meinen Plan mit B4, B5 durchzudrücken. Einen Freibauern zu bilden. Und dann zu hoffen, dass es irgendwie reicht. Deswegen Läufer D1. Schwarz fängt an seinen Plan in Wallung zu bringen. Völlig verständlich. So und B5. Und ja, wir sehen. Schwarz sollte natürlich jetzt hier auf B5 tauschen. Denn wenn ich jetzt hier einen Freibauern bekäme, das wäre natürlich nicht so gut. Ich schlage, ich schlage. Und jetzt müssen wir hier zunächst einmal schauen, wie ist denn das Bauernendspiel zu bewerten. Wenn Schwarz hier also auf B5 genommen hätte, was er nicht gemacht hat. So, dann sehen wir mein König. Der weiße König ist sehr aktiv. Jetzt auf der fünften Reihe schon. Und der erste Grundplan für Weiß besteht hier natürlich darin, den König nach B7 zu bringen und das Umwandlungsfeld zu kontrollieren und den schwarzen König davon wegzublocken. Und dann mit seinem eigenen C-Bauern einfach loszurennen. Deswegen wird Schwarz mehr oder weniger gezwungen sein, seinen König im Weg zu stellen. Aber jetzt können wir hier schon mal als Faustregel festhalten, der weiße König ist auf der fünften Reihe und der schwarze König auf der siebten Reihe. Sprich, der weiße König ist sehr, sehr, sehr viel aktiver als der schwarze. Und er ist eben entsprechend auch sehr viel näher an diesen schwarzen Bauern dran. Und hier ist die Gefahr, dass einfach da irgendwie Bauern verloren gehen und dann das Bauernendspiel einfach verloren ist. Und ich habe euch mal eine Beispielvariante mitgebracht und die mal demonstrieren soll, wie das so ausgehen könnte. Denn ich glaube, das weiß hier wirklich mit dem C-Bauern binde ich sozusagen den schwarzen König an diesen Bauern ran und habe dann genug Zeit mit meinem König an die zentralen Bauern, an den E5 zum Beispiel, ranzulaufen. Schwarz, ja, müsste sich auch ein Freibauern bilden, um irgendwie ein Gegengewicht zu schaffen. Aber da kommt er hier zu spät. Wir schauen mal, wenn er nämlich G5 spielt. Ich renne schnell rüber. E4, zack. Und jetzt möchte er natürlich F5, F4 spielen, dann E4, E3. Aber er ist eben zu spät. Der Bauer E4 ist angegriffen, der F-Bauer kann sich nicht bewegen. Und immer noch, jetzt habe ich mit meinem König von B5 nach D5 zwei Züge gemacht, bin deutlich näher am Königsflügel dran, an den Bauern, während der schwarze König immer noch auf den C6 achten muss. Und das wird dann früher oder später zum Verhängnis werden. Und eine Beispielvariante könnte jetzt so aussehen, jetzt wo Schwarz keine Gelegenheit hat, sich einen Freibauern zu bilden, könnte er G4 spielen und versuchen, noch mit dem König irgendwie aktiv an meinen F2 ranzulaufen und seinen E-Bauern in die Waagschalte zu werfen. Aber auch hier, das reicht nicht. König schlecht G4. Und jetzt ist natürlich wichtig, dass ich jetzt, jetzt renne ich natürlich nicht mit meinem König weg hier vom Geschehen, sondern ich bleibe natürlich hier in der Nähe dieses Bauern, denn das ist ja sein einziger Trumpf hier. Da muss ich ja in irgendeiner Form dranbleiben. Und jetzt sehen wir, dass Schwarz auch ein Problem hat, wenn er nach E2 gehen möchte. ist der E4 eben weg. Und dann wäre seine einzige Hoffnung in dem Sinne weg. Und ich habe jetzt genügend Zeit mit meinen G- und H-Bauern dieses 2 zu 1 am Damenflügel in Wallung zu bringen. G4. Schwarz hat ja keine Auswahl in dem Sinne. Ich schlage, schläge. So, und jetzt nochmal ein trickreicher Zug, den wir uns auch merken sollten und der auch wichtig ist, nämlich der Zug, und der selber drauf. Genau, G5. Und zwar war das Feld G3 jetzt von dem H-Bauern noch blockiert bleibt und der König kann sich jetzt hier einfach nicht annähern. Und wenn er nach G2 geht, dann kennen wir ja eben, dass dieser H-Bauer auch den Doppelschritt machen kann. Und dann ist der Freibauer eben durch und gewinnt die Partie. Ja, konnte ich natürlich alles nicht berechnen in dem Sinne. Das ist jetzt auch nur eine mögliche Folge von diesem Endspiel. Aber das Prinzip bleibt immer gleich, dass mein König deutlich schneller am Damenflügel, dann vom Damenflügel zum Königsflügel rüberkommt und eine erhöhte Gewinnwahrscheinlichkeit hat. Und vielleicht hat auch deswegen Schwarz diesen Springer gegen den Läufer nicht getauscht. So, das war auch der Grund wahrscheinlich, warum Schwarz hier dann nicht getauscht hat, sondern König E6 gespielt hat. Und wir schauen mal, die schwarze Idee besteht natürlich darin, seine Bauern selber in Wallen zu bringen, ja, G5, F4, E4 und den König da irgendwie mit zur Unterstützung zu holen. Gegebenenfalls den Springer gegen diesen Freibauern zu tauschen oder zu opfern, aber selber einen Freibauern zu kreieren, möglichst viele Bauern zu tauschen, gleich Krimi zu heilen. Ja, das ist okay soweit, haben wir gesehen. Ich mache erstmal, ich achte darauf, dass ich dem gegnerischen Springer möglichst wenig Felder gönne, sage ich mal. Wenn der Springer erstmal aktiv wird, ja, dann kann man den ja so schlecht kontrollieren, mit Gabeln hier und Schacht da. Das wollte ich immer möglichst irgendwie vermeiden, dass ich den Springer aktiv werden lasse. Schwarz bringt seinen Bauern vor und möchte mit dem König aktiv werden. Das verhindere ich mit meinem König. Dann kam König F6 und ja, ein neues Feld für den Springer wird kreiert. Also mache ich Läufer D7. Wir sehen immer noch, der Springer nicht in der Lage, so richtig aktiv am Spielgeschehen teilzunehmen. Und ja, jetzt ist natürlich auch guter Rat teuer. Denn wir sehen, wenn Schwarz hier mit H6 und G5 jetzt versucht, einfach seine Bauern in Wallung zu bringen, das hat auch Nachteile. Und ich spiele C6 erstmal, einmal den Bauern ein, fällt vorwärts, dann den Läufer gedeckt haben. Dann habe ich vielleicht auch die Zusatzoption, hier mit dem König mal hier rüber zu laufen, gegebenenfalls. Und jetzt kam G5. Und das war, glaube ich, ich habe es für einen Fehler gehalten in der Partie. Und zwar wegen der weißen Antwort. Ihr könnt ja gerne mal schauen, ob ihr den weißen Zug findet. Oder ob ihr den auch spielen würdet, den ich gespielt habe. Und zwar habe ich hier gespielt G3, G4. Etwas überraschend, ja, ein Bauernzug auf der Seite. Aber die Idee davon ist natürlich, ich greife den F5 jetzt erstens an, mit Läufer und Bauer. Und ich entwurzel den E4-Bauern. Wenn er jetzt hier zum Beispiel auf G4 schlägt, schlage ich zurück und dann ist der E4 im nächsten einfach weg. Da habe ich schon mal einen ganzen Meerbauern. Und diese Freibauernbildung von Schwarz wäre nicht mehr im Spiel, sodass das Weiß hier deutlich erhöhte Gewinnchancen hätte. Und deswegen, ja, aber den Bauern einfach abgeben. Mit F5, F4 geht der natürlich auch nicht. Und deswegen hatte Schwarz hier überlegt, okay, ich brauche irgendwie ein Gegenspiel. Hilft alles nichts. Und hat Springer B5 Schach gegeben. So, und jetzt muss ich mich entscheiden, wohin mit dem König. Wenn ich jetzt hier in der Nähe von E3 bleibe, das ist mein gutes Recht in dem Sinne, aber dann hat Schwarz natürlich die freie Auswahl, irgendwelche Züge zu machen. Und wenn ich nach C5 gehe, so wie ich es gemacht habe, ist es quasi etwas zwingender, etwas forcierter. Der Springer ist angegriffen und der Springer sollte vielleicht nach C7 zurück, um dieses Feld einfach zu kontrollieren, um diesen Bauern zu kontrollieren. Aber eine Patrone hat Schwarz noch. Und wie immer im Leben, wenn man sich schon auf dem Siegestreppchen fühlt und auf einmal kommt nochmal ein taktischer Schlag, dass man sich nochmal konzentrieren muss und bis zum Ende rechnen muss, ist auch alles nicht so einfach. Denn Schwarz spielte hier den überraschenden Zug F5, F4. Und auf einmal sehen wir, dass sich doch ein Freibauernpärchen da vorne gebildet hat, respektive ein Freibauer sich bilden kann. Ja, und jetzt geht es darum, jetzt hat man 47 Züge gespielt, man ist natürlich schon erschöpft, die Zeit ist nicht so wahnsinnig vorhanden. Ging eigentlich noch, aber jetzt muss man sich nochmal auf einmal neu konzentrieren und auch diese psychologische Komponente, dass man, vorher war man immer nur im Angriff und auf einmal muss man defensiv denken oder rechnen. Alles nicht so ganz einfach. Und ja, haltet mal das Video an und rechnet mal bis zum Ende, könnte Weiß hier auf B5 diesen Springer schlagen oder sollte er das nicht machen. Und da sind ein paar Tricks bei, die ihr gut rechnen solltet. Gut, ich zeige es euch dann hier mit, ich habe den geschlagen. Denn ich habe folgende Variante berechnet. E3 setzt natürlich ein Freibauern in Gang. Und jetzt sehen wir grundsätzlich, mein Läufer ist ein bisschen blöde platziert, dass er nicht mehr zurückkommt an diese Bauern. Zumindest nicht hier auf das Feld E1, weil es ein schwarzes Feld ist, da komme ich nie wieder hin. Und ich hatte jetzt folgende Varianten berechnet. Ich muss natürlich hier schlagen. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Und das ist schon mal das Erste, was man sehen muss. Die erste Variante ist natürlich dieses Schlagen auf E3. Die zweite Variante, die man im Auge haben sollte, ist dieses Durchziehen. Denn hier auf F1 ziehe ich mit Schach ein. Also schwarz. Und das gewinnt ein Tempo. Und das kann ja die ganzen Stellungsbewertungen nochmal auf den Kopf stellen. Und jedes Tempo zählt. Kennen wir ja. Und ich hoffe, ihr habt beides gut berechnet. In der Partie kam F schlägt E. Und hier lief die Partie dann auch so, wie ich es bis zum Ende gerechnet hatte. Schauen wir uns zunächst mal die Alternative an. F3. Und ja, jetzt sehen wir, wenn ich jetzt mit dem Bauern loslaufe und er zieht mit Schach um, dann geht das Gerödel wieder von vorne los. Jetzt gibt die Dame eine Million Schachs. Ich glaube, immer womöglich noch zwei, drei Bauern. Ja, keine Ahnung, wie das ausgehen soll. Und deswegen dachte ich, dann nach F3 will ich dann doch den Läufer, weil jetzt das Feld F1 habe ich ja unter Kontrolle. Und dann kriege ich den Läufer nach D3 und alles ist gut. Leichter zu rechnen als dieses Damenendspiel. Deswegen der erste Schreck F3. Oh, gefährlich. Aber in dem Augenblick kriege ich den Läufer zurück. Alles gut. Und auf F schlecht E. Die Variante habe ich Gott sei Dank gesehen gehabt. Wir rennen hier beide mit dem Bauern los und wir bekommen auch tatsächlich beide die Dame. Aber, und das ist jetzt immer ein Motiv, das man sich zumindest für den Hinterkopf merken sollte, ist die Dame auf dem Feld, wo sie jetzt gerade umgewandelt hat, hier in dem Fall, hier auf E1, ist sie da in Gefahr? Und manchmal kennt man das ja, dass hier auf irgendwelchen Diagonal, wenn beide in der Ecke umgewandelt haben, dass da auf einmal irgendwelche Schachs kommen und so. Hier ist es ähnlich. Denn der Zug, Dame F8 Schach, stellt den König die Frage, wo möchtest du hin? Und er hat ja nur zwei Möglichkeiten. In der Partie folgte G6 und dann habe ich den schönen Läufer F5, so eine Art Bodensmatt, mit diesen zwei Läuferdiagonalen, die Partie beendet. Das war natürlich sehr gut. Aber er kann eben auch nicht nach E5, denn dann sehen wir eben, dass hier auf die Gegenüberstellung auf der E-Linie Dame E7 Schach den einfach abholt und die Dame gewinnt und dann auch die Partie gewinnt. Puh, das waren jetzt 53 Züge Schwerstarbeit sozusagen. Und obwohl kurz vorm Ende, man hatte immer das Gefühl, der Läufer ist besser und der König ist aktiver. Hatte vielleicht einen Meerbauern und trotzdem war immer noch am Ende so, eine Chance hat der Gegner immer. Also immer aufpassen. So, und ihr könnt mir jetzt noch mal gerne in die Kommentare schreiben, welchen dieser 53 Züge ihr für den Ungenauen gehalten habt. Er hatte etwas vom Vorteil verspielt, aber den Vorteil nicht ganz verspielt. Aber nur eine Ungenauigkeit. Da war ich selber überrascht, dass ich nicht gebannt wurde. Also, in dem Sinne sage ich besten Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wir sehen uns zum nächsten Video wieder. Schön, dass du so viel Spaß hattest mit diesem Video. Wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, dann hol das doch jetzt bitte nach. Ansonsten habe ich hier zwei Video-Vorschläge, die für dich sehr interessant sein können. Viel Spaß damit. ansonsten, als zwei, Das ist mein Video-Vorschläge, zwei muss ja, have ich einen Donc. ein